Ab sofort muss ich nicht einmal mehr ans Lüften denken. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine smarte Wetterstation und zwar die von Netatmo. Im Prinzip sind das zwei Sensoren, wie man hier sieht, einer für innen, einer von außen und damit werden in Realtime verschiedene Daten gemessen, wie beispielsweise Temperatur oder Luftqualität. Das Coole an dieser Wetterstation ist, dass es jetzt nicht eben nur mit einer App funktioniert, sondern man kann es auch mit Alexa oder HomeKit integrieren und daher ich jetzt einen EcoShow 8 habe, kann ich die Daten hier über das Display ablesen. Das war auch schlussendlich der Grund, warum ich mich für diese Wetterstation entschieden habe. Hier auf der Seite sehen wir jetzt genau, was wie gemessen wird und in welchen Bereichen. Also der Innensensor kann 0 bis 50 Grad Celsius messen, der Außensensor minus 40 bis plus 65, das heißt das sollte auch reichen. Dann können beide Sensoren 0 bis 500 ppm messen, das ist die Luftqualität oder hier steht CO2. Dann Luftfeuchtigkeit können auch beide 0 bis 100% messen. dB werden gemessen, 35, also plus 35 bis plus 120 geht. Und Druck können Sie auch messen, 260 bis 1260 Millibar. Hier hinten sehen wir noch einmal, es gibt auch noch verschiedene andere Sensoren von Netatmo, zum Beispiel einen Regensensor oder einen Windsensor, die habe ich noch nicht, sage ich einmal. Und hier sieht man eben, also man kann darauf von außerhalb zugreifen, die Daten werden natürlich aufgezeichnet, man kann immer darauf zugreifen oder man kommt eben Benachrichtigungen, wenn die Luftqualität zu schlecht wird. Jetzt würde ich mal vorschlagen, wir schauen uns etwas näher die Hardware an, das heißt ich öffne mal die Box. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, ich habe das noch nie gesehen, ich konnte es noch nie ausprobieren, aber die Reviews und so sind eigentlich sehr, sehr positiv zu dem Ding, also habe ich mir gedacht, das wird schon funktionieren. Außerdem war es mir eben so wichtig, dass es mit Alexa und so funktioniert. In der Box finden wir einmal den Außensensor, das ist dieser kleine hier, einmal den Innensensor, das wäre der große und eine Box, darin ist ein Netzteil für den Innensensor, das heißt der ist dauerhaft am Strom und der Außensensor wird mit Batterien betrieben, ansonsten ein Klettband und Schraube-Dübel. Rein vom optischen, beziehungsweise von außen gibt es jetzt nicht wirklich viel zu sagen zu den Wetterstationen, außer dieser Hüllen ziehen aus Metall, ich denke es ist Alu, unten Kunststoff, oben Kunststoff, das gleiche mit einem kleinen Modul, auch hier oben und unten Kunststoff. Hier hat man eine LED und das Ding ist auch eine LED. Ich habe die Teile auch schon eingerichtet, die Einrichtung war jetzt nicht besonders einfach oder nutzerfreundlich, aus einem Grund, es hat einfach nicht funktioniert, also ohne HomeKit konnte ich die Wetterstation nicht konfigurieren, weder mit dem MacBook noch mit der iPhone App, es ging einfach nicht. Erst als ich die beiden Dinger dann zur HomeKit App hinzugefügt habe, hat es funktioniert, das aber auch erst beim dritten Mal, es hat ständig irgendeine Verbindung verloren, dann wie es verbunden war, hat das Software-Update dreimal nicht funktioniert. Also das war wirklich keine gute Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Jetzt funktioniert es, ich habe auch schon den Alexa-Skill und jetzt muss ich nur sagen, Alexa, frage Netatmo nach der Temperatur. Im Inneren ist es derzeit 26,8 Grad. Das ist natürlich sehr, sehr warm. Was ich jetzt besonders schade finde, mit dem original Netatmo-Skill von der Alexa, wird einem am Display nichts angezeigt. Sie antwortet nur bei Stimme, ich kann jetzt am Display nichts sehen und es kommt auch nichts, es gibt keine Möglichkeit, das einzustellen. Es gibt aber einen anderen Skill, der heißt Meine Wetterstation. Dann kann man fragen, Alexa, starte meine Wetterstation. Und jetzt wird das Ganze auch optisch, okay, zuerst fragt sie doch wieder was. Alexa, ja, vielleicht hilft das. Und jetzt wird das Ganze eben auch optisch angezeigt, was schon mal viel, viel besser ist, trotzdem nicht so schön, wie es sein könnte. Am Handy oder am Tablet oder wo auch immer sieht das Ganze schon besser aus. Also hier hat man eben die zwei Sensoren, einmal außen, einmal innen. Die passt sich erst richtig an, das heißt, das sind noch nicht richtige Werte, aber man kommt zu den richtigen Werten. Und hier sieht man dann auch wirklich alles, was es zu sehen gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, würde ich diese Wetterstation weiterempfehlen? Das ist tatsächlich ein Ja und ein Nein gleichzeitig. Ja, wenn man plant, sie mit dem Laptop, mit dem Tablet, mit dem Handy zu verwenden. Dort ist die App und alles rundherum wirklich brauchbar, wirklich schöne Informationen. Da finde ich auch den Preis in Ordnung, obwohl das schon sehr, sehr viel ist, was das Ding kostet. Wenn man sich diese Wetterstation jetzt nur für eine Alexa holt, dann würde ich auf jeden Fall Nein sagen, denn dafür ist sie zu teuer. Das liegt einfach daran, dass eben, wenn man jetzt eine Alexa mit Display hat, dass da gar nichts angezeigt wird mit dem Netatmo-Skill. Das ist einfach nicht gut, das sollte nicht sein. Vielleicht kommt da noch ein Update, das wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Aber jetzt, wie es ist, würde ich mir diese Sensoren für eine Alexa nicht holen. Da gibt es deutlich günstigere und die können dann am Ende des Tages eben nur die Temperatur wiedergeben für die Alexa. Aber das ist schlussendlich auch alles, was die Alexa verwenden kann. Das war es mit diesem Video. Falls ihr noch irgendwelche Fragen von euch geben solltet, schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!